Ah, scheiße, ich wollte nur von vorn haben. Fantastisch. Ich will aber jetzt für den Anfang mal eben ganz kurz einfach ein paar Sachen zeigen, weil ich wurde nämlich über Nacht mal wieder angegriffen. Hat jemand 48% bei mir geholt, das gucken wir uns mal eben an. Ich hab's mir selber noch nicht angeguckt. Und dann zoome ich mal ein bisschen raus und wir gucken uns das Ganze mal an, was hier so passiert ist. Er hat einfach rundherum Barbaren gesetzt und Bogenschützen. Und natürlich auch das Rathaus sich geholt, das macht natürlich Sinn. Und hat dann versucht, wahrscheinlich zwei Sterne zu bekommen, ist ihm Gott sei Dank nicht ganz gelungen. Zum Glück für mich natürlich. Ich muss übrigens noch was machen, wo ich das hier gerade sehe. Mir wurde in den Kommentaren geraten, die Armeelager noch rundherum zu verteilen ums Dorf. Das wollen wir natürlich gleich sofort mal eben machen. Da kamen dann meine Clan-Truppen raus, da war es dann aber auch zu spät. Wobei, vielleicht haben die dazu beigetragen, dass es keine 50% ergeben hat. Das ist natürlich umso besser dann. Und jetzt haben wir es auch quasi mehr oder weniger geschafft. Da unten sind noch ein paar Bogenschützen, aber die reißen natürlich jetzt nicht mehr so viel. Die machen jetzt auch die Mauer kaputt. Und dann zerreißt es die aber auch. So. Wir können natürlich jetzt mal gucken, ob wir uns noch bei dem Kollegen rächen können, gegebenenfalls. Das testen wir... Ach, was mache ich denn? Das testen wir jetzt aber mal eben aus. Und dann gucken wir uns die anderen Angriffe an, die ich eben schon gemacht habe. Ich habe nämlich eben relativ in kurzer Zeit einige Pokale bekommen. Das ist nicht so verkehrt. So, und natürlich hat der Kollege jetzt schon ein Schild. Das ist aber egal. Wir gucken uns dann jetzt halt meine Angriffe an. Bevor ich gleich nämlich 47 Cuts machen muss, habe ich schon noch ein paar Angriffe sozusagen vorproduziert. Werde aber auch gleich noch einen Live-Angriff machen. Ähm, wir fangen an. Ich habe, also wir können jetzt gucken. Angefangen hatte ich quasi... Ja gut, hier habe ich vor 22 Stunden und 3 Minuten, da habe ich gefailt. Da habe ich mich nämlich verklickt. Da habe ich ein ganz kleines bisschen neben den Weiter-Button geklickt. Und dann aus Versehen den Bogenschutz gesetzt. Und habe dann nur noch 48% geschafft. Das war ziemlich ärgerlich, weil ich da 25 Pokale verloren habe. Da habe ich mich auch ein bisschen aufgeregt. Dann ging es weiter. Vor 34 Minuten habe ich angefangen. Ähm, mit 8 Pokalen. Da kann ich jetzt keine Wiederholung zeigen. Vor 32 Minuten dann 9 Pokale. Also ihr seht es. Es war gar nicht so lange Zeit eigentlich zwischen den Suchen. Gestern habe ich teilweise 10 Minuten gesucht. Heute jetzt hier. Da 2 Minuten, da 3. Und nochmal 2. Da, okay, da waren es 5 Minuten. Ähm. Also es ging heute Morgen eigentlich relativ zügig. Da habe ich heute Morgen schon... 28... 38... 43 Pokale heute Morgen schon erfarmt. Innerhalb von... Circa 15 Minuten. Und das war gar nicht mal so schlecht. Wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Das war natürlich alles nur Rathäuser. Aber ich habe immerhin zum Teil hier ein bisschen Loot mit beibekommen. Ihr seht es hier. 400.000... 400 dunkles Elixier zum Beispiel. Das war ja nicht so verkehrt. Hier habe ich mir natürlich erstmal jetzt natürlich das Rathaus gepackt. Ähm. Ich mache das mal auf doppelte Geschwindigkeit. Das muss dann auch eigentlich reichen. Klar, Rathaus dauert. Und dann habe ich mir hier oben schon mal, äh... Die Minen und Sammler gepackt. Und habe versucht, den Bohrer noch zu bekommen. Das hat da oben jetzt erst nicht geklappt. Ich habe das gleiche hier unten auch nochmal gemacht. Habe dann aber unten nochmal nachgesetzt. Um hier eben zumindest den Bohrer zu holen noch. Dass wir ein bisschen dunkles Elixier mit abgreifen konnten. Ihr seht es, es gab relativ viel zu holen. Ich konnte natürlich jetzt so viel nicht holen, äh... Weil ich auch ein bisschen die Truppen eigentlich sparen wollte. Im Endeffekt hätte ich natürlich auch alle verballern können. Aber gut. Das ist halt so jetzt passiert. Ich habe immerhin 400... 400 dunkle... Fast 500 dunkles Elixier. 50.000 jeweils grob geschätzt. Von der Beute. Und 9 Pokale. Das war schon mal nicht verkehrt. Ah, gucken wir uns mal den nächsten an. Jetzt muss ich es mal ganz kurz laden. So, weiter geht's. Ich muss nebenbei noch Bumbic hochladen. Deswegen muss ich gerade gucken, dass es lädt. So, der nächste war dann... Hier hatte ich übrigens 1000 dunkles Elixier. Leider kann ich jetzt hier die Wiederholung nicht mehr zeigen. Ich weiß nicht warum. Oder wovon das abhängt. Ja, gucken wir uns die nächste Wiederholung an. Hier habe ich 11 Pokale bekommen. Und, na gut. Nicht viel Loot. Aber immerhin ein bisschen. So, dass ich die Truppenkosten wieder raus hatte. Und gut. Mittlerweile hat man das ja mit der Belohnung. Die 32.000 jeweils hat man das ja eh wieder raus. Mehr oder weniger. Von daher ist das schon okay. Aber was man natürlich mehr dazu kriegt. Kann natürlich auch nicht schaden. So, doppelte Geschwindigkeit. Auch hier natürlich wieder hinter dem Weihnachtsbaum versteckt. Haben wir uns da und haben uns das Rathaus geholt. Gucken wir mal ein bisschen näher ran. Und dann habe ich nämlich von hier angefangen. Auch mir nur eben ein paar Minen und den Sammler zu holen. Das war es eigentlich auch schon. Dann natürlich das rundherum nochmal gemacht. Ich glaube hier oben an den Sammler bin ich auch nochmal dran. Oder habe ich den nicht mehr? Ne, ich hatte schon keine Truppen mehr. Deswegen. Sonst hätte ich mir den hier oben natürlich auch noch holen können. Aber da war es schon. Okay, ich hätte nur drei Lakaien da draufsetzen können. Aber im Endeffekt auch egal. Wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen. Aber habe ich in dem Moment vielleicht auch gar nicht darauf geachtet. Ich saß nämlich am Handy. Weiß ich jetzt gar nicht genau, was da passiert ist. Ah, aber wir gucken uns natürlich den nächsten auch nochmal an, wenn es denn geht. Was ist denn hier los? Verarscht er mich jetzt gerade? Nein, jetzt geht's. So, fünf brauchen wir nicht angucken. Der war langweilig. Und zehn Pokale. Da habe ich aber glaube ich auch nur das Rathaus geholt. Deswegen ist der glaube ich auch nicht so spannend. Dann ziehen wir den mal auf vierfache Geschwindigkeit. Ja, komm schon. Ah, dreimal klicken reicht, ne? Rathaus. Und dann war es das auch, ne? Die Base fand ich aber ganz lustig. Die sieht ganz cool aus. Ob die jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Aber ich finde, sie sieht sehr interessant aus auf jeden Fall. Hier nur eben Rathaus geholt. Und dann war es das, glaube ich schon. Ja gut, da laufen die natürlich durch. Und gehen wir nach Hause. Da brauchen wir uns jetzt nicht weiter angucken. Was da noch passiert? Ich muss eigentlich mal gucken. Vielleicht hat gerade irgendwer ein Angriff geteilt. Natürlich nicht. Marble noch. Oh, nee, ja. Ja, gerade. Ad. Aber ich kann wieder kein Ad schreiben. Wie schreibe ich nochmal ein Ad? Weißt du das? An mich hätte das. Ja, ja. Weißt du zufällig, wie konnte man nochmal ein Ad schreiben? Ja. Ja, Alt und Kuh. Alt und Kuh, ja. Ja, der Herr Fred ist nämlich nebenbei noch im TS. Es muss aber selbst noch ein paar Sachen schneiden. Und deswegen nehme ich auf. Und er hört mir quasi nur zu. Gucken wir uns. Schade. Paolo hat einen Angriff geteilt. 55 Prozent. Minus 16 Pokale. Den gucken wir mal an. Paolo, genau. Gucken wir uns die Wiederholung noch schnell an. Und dann mache ich natürlich noch einen Live-Angriff. So. Was ist denn passiert? Der hat mit Riesen... Ah, ich hatte nämlich eben auch bei dem einen, da habe ich auch gefällt. Da habe ich aus Versehen Riesen neben das Rathaus gesetzt. Und dann eine ganze Armee. Oh, das ist viel zu schnell. Wir müssen das mal langsamer machen. Sonst blickt hier ja gar keiner mehr durch. Eine Armee, Schweinereiter. Aber auch gar nicht so viel Beute. Ich weiß gar nicht, was er dann probiert hat. Probiert auf 50 Prozent zu kommen. Wahrscheinlich um das Rathaus zu packen. Aber das ging dann wohl in die Box. Wie ich das mal so sehe. Clantruppen sind hier noch drin. Hä? Ach, er wurde angegriffen. Entschuldigung. Er wurde angegriffen, nicht? Er hat angegriffen. Und so ist das. Hat aber dann... ...ja trotzdem nicht so viel verloren. Warum sagt er denn dann schade? Er wurde angegriffen und es war keine 50 Prozent, wenn ich es richtig gesehen habe. Oder habe ich mich jetzt... Ja, doch, es waren 55. Da, klar. Mein Fehler. Mein Fehler. Ich habe mich eben vertan. Ich habe falsch geguckt. Aber gut. Sogar noch mehr als 55. Nein, 55 waren es. Zwei Sterne bekommen. 16 Pokale verloren. Geht aber noch. Ne, ja doch. Und von den verlorenen Ressourcen kann man verschmerzen. Ist auch nicht so viel. Von daher war es okay. Ich werde jetzt... ...ähm... ...einen... ...Angriff mal noch eben live machen. Aber mal schauen, ob wir in den ersten zwei, drei Sachen sofort einen finden. Das war nämlich eben immer der Fall. Ansonsten machen wir einen kleinen Cut. Und ich würde mich dann melden, wenn es soweit ist, wenn ich was gefunden habe. Den nächsten gucken wir uns mal eben noch an. Ne, leider nicht. Okay, dann machen wir jetzt an dieser Stelle eine kleine Pause. Und ich... ...oder, beziehungsweise für euch ja nur einen ganz kleinen Cut. Und ich schreie sofort, sobald ich was gefunden habe. Bis gleich. Ja, hier machen wir nochmal einen ganz kurzen Sprung rein. Ich wollte euch nochmal eben diese Base zeigen. Könnte man sicherlich als WTF-Base betiteln. Will ich jetzt aber nicht groß angreifen, weil es auch nicht so viel Loot vorhanden. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich... Du kannst nicht aus Loot gehen. Ist der Loot nicht egal. Ja, lohnt sich aber auch nicht. Ich würde aber auch keine 50% schaffen. Von daher gehe ich sofort weiter. Ich würde aber auch keine 50% schaffen, weil da überall Inferno-Türme drin rumstanden. Deswegen, das hätte ich trotzdem nicht geschafft. Ich wollte es nur mal ganz kurz zeigen. Wenn da jetzt mega, mega viel Loot gewesen wäre, hätte ich es vielleicht mal riskiert, mal 20 Pokale zu verlieren. Aber so nicht. Bin ich einfach mal gespannt, wenn ich das mir angucke, was das für eine Base war. Ja, das war einfach rundherum mauern und in der Mitte aller Scheiß drin. So, ich mache nochmal einen kleinen Cut. Und wir sehen uns mit der nächsten Base wieder. So, ich habe noch ein Dörfchen gefunden, wo ich das Rathaus angreifen kann. Und vielleicht sogar noch mit ein bisschen Glück eventuell 50% schaffen könnte. Und ihr seht, es ist ein relativ kleines Dorf. Und ich probiere es einfach jetzt mal. Ich kann natürlich nicht garantieren, dass es klappt. Das weiß ich bei mir immer nie so genau. Aber der Tesla hier ist noch im Bau. Deswegen habe ich da eine ganz gute Chance. Schau mal. Ich werde jetzt die Riesen hier hin platzieren. Den Zauber draufhauen. Schau mal, zwei Mauerbrecher. Ach, jetzt rennen die wieder dahin, wo sie nicht hin sollen. Okay, da waren Clan-Truppen. Das ist nicht so gut. Dann setze ich hier mal die Lakaien ab. Und meine Clan-Truppen. Da ist nämlich auch noch alles Mögliche drin. Nochmal die beiden Mauerbrecher hinterher. Und den Barbarenkönig. Und dann versuche ich jetzt mit den Bogenschützen rundherum mir die 50% irgendwie zu ergaunern. Ich hoffe, dass das jetzt hat, wie es funktioniert. Wenn sich das da unten schon mal so durchwurschtelt alles. Kommen wir hier nochmal gucken. Ah, hier würde ich doch klicken. So, 17 Lakaien haben wir immer noch. Ich dachte, ich hätte die gerade schon alle da reingesetzt. Aber egal. So, probieren wir es hier mal rundherum uns die 50% zu holen. Wir haben noch ein paar Truppen. Das könnte sogar klappen. 46. Ja, guck mal da. 50% haben wir schon mal. Und jetzt ballern wir einfach die letzten Lakaien auch noch hier hin. Ist jetzt egal. Was damit passiert. Wir können sie auch noch heilen. Ach ne, ich komme den Heilzauber. Spare ich mir jetzt. Aber vielleicht gehen die nochmal aufs Lager da rum. Und dann kriege ich noch ein bisschen Gold und ein bisschen Elixier. Das ist ja auch nicht verkehrt. Der Mörser dürfte uns auch nichts. Ach, der Mörser, der Minenwerfer. Tut uns ja nichts. Und die Kanone auch nicht. Ah, da kam noch eine Luftbombe. Jetzt haben wir sogar schon 72%. Komm, schieß nochmal ein bisschen aufs Elixierlager da rum. Ne, macht er nicht. Okay, wir gehen auf die Klamburg. Los, Matthias. Kriegen von der Luftabwehr natürlich jetzt auf den Arsch. Aber gut. Kann ich eigentlich... Der Blitzzauber kostet ja 20.000 Elixier jetzt momentan bei mir. Wenn ich den auf ein volles Lager setze, kriege ich da noch maximal 20.000 raus oder kann ich damit auch Plus machen? Weißt du das? Ich glaube, wenn das Lager prall gefüllt ist und ein Elferlager ist, könnte das sogar... ...schon mehr sein. Ja, ich weiß es nicht. Ist egal. Guck mal, hier stehen die beiden Barbarenkönige nebeneinander. Ah, nein! Puh! Ich habe durchs Scrollen jetzt noch den Heilzauber gesetzt, wo ich gar keine Truppen mehr habe. Weil ich uns die beiden Barbarenkönige noch angucken wollte. Der eine hat nämlich den rechten Arm in der Metallpanzer und der andere den linken Arm. Das ist mir gerade mal so aufgefallen. Hat das was mit dem Level zu tun wohl? Das ist das große Mysterium. Weiß das jemand? Was denn? Die beiden Barbarenkönige. Meiner und der von dem Verteidiger stehen genau nebeneinander jetzt. Oder mehr oder weniger nebeneinander. Und der eine hat den rechten Arm in Metall und der andere den linken Arm in Metall. Und ich wollte wissen, ob das wohl einen bestimmten Grund hat. Oder ob das am Level zusammen, mit dem Level zusammenhängt. Echt? Hat er? Ja. Ich habe ein Mysterium aufgedeckt. Ihr könnt das ja mal kommentieren, wenn ihr das wisst. Wenn ihr das weißt. Und der Kampf endet in sechs Sekunden. Ich beende ihn aber jetzt schon. Und mache auch an dieser Stelle Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann gebt einen Daumen nach oben. Abonnieren könnt ihr natürlich auch. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Ich denke mal, ich weiß nicht, was zu morgen Zeit? Oder soll ich nochmal ne Folge machen? Das müssen wir noch überlegen. Ansonsten sehen wir uns bestimmt morgen wieder bei Boomy Tüder. Für die Leute, die Bock drauf haben. Oder halt mit Clash of Clans. Entweder mit Fred oder mit mir. Das entscheidet sich dann spontan. Ah! Ich kann was... Ah, fuck. Mir fehlen jetzt noch... Mir fehlen noch... Zwölf... Elftausend Elixier. Dann könnte ich meine Kaserne upgraden. Ernt der Pokaljagd. Die dunkle Kaserne. Dann kann ich hier Golans machen. Könnt die dunkle Kaserne auf Level 4 machen. 2.250.000... Elftausend Elixier fehlen mir noch. Ja, ich hab vier Bauarbeiter frei und 2.200.000 Elixier. Was soll ich damit machen? Ja, ich hatte auch fünf frei. Was willst du machen? Ja, aber ich hab ja das Elixier dann auch. Ich kann's doch dann benutzen. Ja, wenn's dich nicht stört beim Angriffen, klar. Oder ich kann die Zauberspruchfabrik... Ach ne, die kann ich nicht upgraden. Da brauch ich Rathaus auf Level 9. Ja, die dunkle Kaserne, ich mach mir da eh meistens nur oder keinen. Und da stört's mich eigentlich nicht beim Angriff. Na gut. Aber wie gesagt, wir machen jetzt erstmal Feierabend. Wir sehen uns morgen eventuell wieder. Oder vielleicht auch mit Fred. Macht's gut. Bis dahin. Und tschüss. Wir sehen uns morgen. Vielen Dank.